Millionen Studenten sind sauer. Wo bleiben die 200 Euro Energiepreispauschale? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Das ist ja zum Haare raufen, meine Damen und Herren. Ohne Probleme, fast ohne Probleme haben 20 Millionen Rentnerinnen und Rentner in Deutschland die Energiepreispauschale bekommen. Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, Beamte und Selbstständige und so weiter. Haben letztes Jahr, im Jahr 2022, auch wenn die entsprechenden Anspruchsvoraussetzungen vorgelegen haben, die Energiepreispauschale bekommen oder sie werden sie über das Finanzamt noch erstattet bekommen. Aber was hier in Deutschland los ist mit unseren Studenten, das ist wirklich nicht mehr lustig. Es wurde ein Gesetz gemacht und in diesem Gesetz steht drin, dass Studentinnen und Studenten ab Januar 2023 Anspruch auf die Energiepreispauschale haben und zwar 200 Euro. Also sie bekommen ja noch nicht mal 300 Euro, sondern nur 200 Euro. Und sie werden es gar nicht glauben, knapp 40 Prozent aller Studenten in Deutschland sind armutsgefährdet. Also die haben schon riesen Probleme, klar zu kommen mit dem bisschen Geld, was sie vielleicht über das BAföG oder von ihren Eltern bekommen oder wenn sie nebenbei noch ein bisschen jobben gehen. Also ich unterstelle jetzt schlicht und ergreifend, dass viele Studentinnen und Studenten oft genug gar nicht wissen, von was sie leben sollen. Meine Damen und Herren, ich finde es eine Riesensauerei, dass die Politik es bis heute nicht geschafft hat, dass Studentinnen und Studenten in Deutschland an die 200 Euro Energiepreispauschale bekommen. Das heißt also, das Bundesbildungsministerium, was hierfür zuständig ist, die kommen nicht in die Gänge. Das ist das große Problem. Und deshalb kann ich nur sagen, liebe Bildungsministerin, Sie sind dafür zuständig. Sie bekommen sehr, sehr viel Geld jeden Monat. Also drehen Sie sich und kümmern Sie sich, dass unsere Studenten und Fachschüler und alle, die Anspruch auf die 200 Euro Energiepreispauschale dort haben, endlich an ihr Geld kommen. Es ist gelinde gesagt eine Schweinerei, dass diese Menschen noch nicht einmal ansatzweise die Chance haben, das Geld so schnell wie möglich zu bekommen. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.